Hallo und herzlich Willkommen bei GartenTV. Ich bin heute mal extra vor der Kamera, nicht wie sonst hinter der Kamera. Ich beteite heute einen ganz speziellen Grund, denn wir feiern zwei Jahre GartenTV. Herzlichen Glückwunsch! Auch erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen Kommentare, Anregungen und Tipps, die ihr ständig über YouTube und Google Plus schreibt. Danke dafür! Und deshalb möchte ich mich jetzt auch bei euch bedanken mit einem kleinen Gewinnspiel. Und zwar verlose ich fünfmal so ein Saatgut-Paket, in dem enthalten sind Tomatensamen, Gurkensamen und zweimal Chili-Samen. Und je nach Paket unterschiedlich. Rote Beete, Mädchenauge und Schnittlauch. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst dafür einfach nur den Abo-Knopf drücken und eine Begründung in die Kommentare schreiben, warum ihr das Saatgut-Paket haben möchtet. Die fünf besten Begründungen bekommt das Paket dann, so wie bei Hause geschickt. Die Auslosung dieses Gewinnspiels ist am 28.10.2016. So, damit sage ich noch tschüss. Bis zum nächsten Mal bei GartenTV. Jetzt den Abo-Knopf drücken und jetzt auch in die Kommentare schreiben. Damit sage ich tschüss und bis bald! Bis zum nächsten Mal bei GartenTV. Bis zum nächsten Mal bei GartenTV.